Ja, seid gerüst meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidleuten zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, ab morgen beginnt mein Adventskalender auf YouTube. Heute habe ich schon mein erstes Video, mein erstes Türchen gedreht, das morgen ab 0.30 Uhr zu sehen sein wird. Also, das heißt, ihr könnt, sobald ihr morgen früh aufsteht, euer Türchen auf meinem Kanal öffnen und sehen, was drin ist. Also, ja, egal wann ihr aufsteht, wenn ihr Frühaufsteher seid und schon um 6 Uhr aufsteht, könnt ihr um 6 Uhr euer Türchen aufmachen und das Video für den Tag. Und wenn ihr extrem früh aufsteht seid, weil ihr nicht schlafen konntet und schon um 0.30 Uhr wach seid, ab 0.30 Uhr, ihr könnt's gucken, ihr könnt euch aber auch für den Tag aufheben und später aufstehen und ab 14 Uhr das gucken oder wann ihr wollt. Es ist den ganzen Tag über verfügbar und wird auch den Rest der Adventszeit verfügbar sein. Also, ihr könnt es, auch wenn ihr es verpasst habt, am 2. gucken oder am 3. oder am 23. ist egal. Bloß, es ist ab 0.30 Uhr rein theoretisch verfügbar, wenn das klappt. Also, es ist vorprogrammiert und, ja, sichtbar. Ab 0.30 Uhr. Joa, was noch anliegt, ein Gewinnspiel, das wollte ich auch noch hier mal ganz groß anbringen. Dafür wird's nochmal ein spezielles Video geben, demnächst in den nächsten Tagen, nicht heute, nicht im Morgen, aber die nächsten Tage so. Da werde ich dann auch nochmal als spezielles sagen, dazu, zum Gewinnspiel. Ihr habt dann fast den ganzen Dezember Zeit, bis zum, ich denke, der 21. Dezember ist ein Sendeschluss. Die Gewinn-Sachen und sowas, alles droht in dem Video, was dann, ich glaube, am 3. oder 4. wird das rauskommen. Weiß ich nicht, weil ich da drehen werde. Ja, lasst euch überraschen. Ich habe schon ein paar Geschenke vorbereitet, die dann dort verlöst werden. Teilnahmenbedingungen dort in dem entsprechenden Video dann. Ja, dann wünsche ich euch morgen dann einen schönen Start in den Dezember und hoffe, euch gefällt mein erstes Türchen. Ein Däumchen wie immer nach oben. Wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, teilen, favorisieren. Falls es das noch gibt, nein, das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja, ihr habt euch wohl, habt noch einen angenehmen für sich. Ich habe noch was vergessen. Ja, vielleicht, dass der Adventskalender daraus bestehen wird, dass jetzt täglich besondere Sachen dort kommen, die es auf meinem Kanal so bis jetzt noch nicht gab. Es sind täglich neue Sachen. Und ja, lasst euch überraschen. Bis morgen. Ja, man sieht sich zwischendurch mal unregelmäßige Parts, Pokémon Sonne, wie es so läuft. Und dann, ja, war es das auch schon für dieses kleine Video. Und dann, macht's gut. Ciao, ciao.